Das ist eine Durchsage der Polizei an alle Personen, die sich hier auf den Zugwegen und auf den Zugfahrten, den Zugfahrt, Lützerath aufhalten oder im Bereich der Selbstbrauchbarrikaden, Tripods, Monokons und so weiter aufhalten. Die Polizei möchte sie als erstes dankbar informieren, dass am heutigen Tage keine Häulung des Ortes Lützerath stattfinden wird. Weiterhin gilt innerhalb und außerhalb der baulichen Anlagen für den gesamten Bereich der Ortslage Lützerath eine Allgemeinverfügung des Kreises Heinsberg. Diese Allgemeinverfügung untersagt das Betreten und den Aufenthalt dieser Örtlichkeit, an der sie sich hier befinden. Aus diesem Grund können auch keine Versammlungen hier an diesem Ort durchgeführt werden. Die Polizei fordert sie jetzt...